Ja, schönen guten Tag, Leute. Und zwar wollten wir uns ja jetzt im nächsten Part mal ein bisschen dem Spiel gegen Manchester United wetten, was sich aber jetzt leider noch um einen Part verschieben wird. Wir haben nämlich ein Leihgebot. Vom SC Zürich. 20.000. Puh, das wär was. Doch, hab ich jetzt nicht gerechnet. Komm, wir sind heute mal spontan in der Saison. Bremkonto-Fly-Basis von euch. Ich packe meine Sachen. Willkommen im Team. 6,6. 5 klar vorbereiten, 1 verziehen. 14% was wir jetzt noch alles machen. So. Ist das mal her? Alles klar. Trink mal. Ach so, siehst du, bevor wir das anfangen. Ich bin ganz nahe alt. Zumal wollten wir hier gucken. Ich hatte in der letzten Folge, wie sieht, ich hab auch immer mal 70 Gs. Zumal hab ich mir ein paar Dinger geholt. Das war nur Schuh. Da habe ich aber schon eine verblühten, auf jeden Fall noch weiße Trikot. Und zwar die schwarzen, die finde ich geil. So, Trikot, Passform. Die nehmen natürlich das Ende. So, das haben wir alles schon eingestellt. So, ausliegen. Hier ist klar. Die Trikot sind ja auch gut. Und hier gibt es die einzige Spitze da vorne. Pass gut. Irgendwann kann ich die Karte immer noch mal auf die Tür wechseln. Die Trikot ist gut. No. Okay, wir beginnen bei uns. Dieser Spieler ist auf Leihbasis zum Team gestoßen. Mal gucken, ob er sich durchsetzen kann. Guck mal was kommt.